Das ist zu früh. Moin moin. So, also wir kriegen es heute nicht auf die Reihe. Moin moin. Wollen wir nochmal neu starten? Nein, warte, wir lassen das jetzt so. Wir sind vollkommene Pro-Experten. Absolut. So, Bloodborne. Jawohl, ich will fortsetzen. Herzlich willkommen erst mal zurück zu einer neuen Folge neuer Aufnahmesession. Neues Glück. Ich hab den Controller. Jetzt erst mal noch die Wartezeit, die mit drin ist. Hat das schon immer so einen harten Ausschlag? Ist das normal? Ja, doch, doch, doch. Das ist normal. Premiumstart hier. Mega. So. Freunde. Kriege ich ja keine Ahnung. Korrekt. Gar keine. Wir sind's. In irgendeinem Albtraum. Ich weiß grad nicht wie der Typ hieß. Wir sind in einem Albtraum von weiß ich nicht was. Da rein. Da rein ne. Von da kamen wir nämlich genau. Ich erinnere mich mit den Riesen und so. Ich dachte das hätten wir hier schon geschafft gehabt. Nein, ich bin bei dem Boss da drin gestorben. Ja. Er ist dachte ich die ganze Zeit der Boss ist so ganz simpel und plötzlich hat er da so eine Inba-Attacke gemacht wo ich einen Hitdown war. Stimmt. Ich hab ja auch den Fahrstuhl wieder hochgeschickt. Naja, letztes Session ist schon wieder eine Weile her. Ein bisschen. Wobei ich glaube gar nicht mal so lange. Aber. Es müsste in zwei Wochen gewesen sein. Echt schon wieder so lange? Ich glaub schon ja. Ich weiß letzte Woche haben wir gar nicht. Ich glaub anderthalb Wochen den einen Samstag hat man doch gezockt oder nicht? Kann sein. Samstag vor ne Woche. Ach ja das war ja auch mit euch. Ich brauchte die ja auch gar nicht angreifen richtig und wenn ich jetzt darunter guck kann. Genau. Das sind halt doch schon irgendwie 1, 2, 3, 4 ne. Ich weiß nicht ob ich das so geil finde. Wenn die mir gleich hier alle. Von dem kannst du keine 2 angreifen. Du musst es wieder fängt von mir. Du bleibst ja entspannt. Nein. Wir spielen. Und jetzt sind wir auch lange gegangen. Dann ist die Treppe runtergegangen. Ja. Ja ja. Aber waren hier noch irgendwo Items oder so? Da war glaube ich eine Truhe oder sowas die wir gelootet hatten. Hatten wir. Ja. Oder eine Leiche waren Alte und ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall hatten wir uns hier drum gespielt. Okay. See. Fliegen. Oh da einer hat sogar was gedroppt. Dann werden wir uns doch gleich mal anschauen. Ein bisschen warm spielen. Hallo. Ja das ist alles in Ordnung. Finger aufgaben hier. Du solltest du uns weg. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Gießt das? Keine Ahnung. Ich hab mich so auch scheißegal. Alter. Aber alles wieder gekriegt. Und. Ja greift bloß sich an um dir das Leben wieder zu holen und springen welche in den Abgrund hinter dir. Ja. Wollte eigentlich gerade eine Portion nehmen. Ich hab nur vergessen wie das geht. Dreieck. Ah ja. Ja. Ich wollte schon wieder viereck drücken. Du mieser. Alter. Ja. Sehr lange Gaming Session von Krischi hier. Mega. Ja. Sehr lange Gaming Session von Krischi hier. Ich mach den Boss gleich besser. Schau Junge. Ich bekommst du ja nicht mal mehr. Hallo. Ich möchte dir anvisieren. Ich kann nicht 10 mal springen eigentlich hätte mir einmal gereicht. Ach komm jetzt mach ich die andere Tasche. So. Easy. Ach das war die ganze Kacke hier. Warum sprichst du bei dem kleinen Fakke so rum. Der schubst dich einfach unter Katze und beruhigt auf ihn auch ein Knoppen. Stocht mir wenn dann richtig hier. Komm wenn schon, denn schon. Ich wusste nicht, dass die Bogenschützen da waren. Aber ich hab gehofft sehen wir nicht. Oh. Okay warte 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 warte. Wir fahren auf jeden Fall zu den rein. Das ist clever. Gut ne. So. Ich hab zum Glück keine Ahnung mehr wie viele sehen wir beim Boss fliegen gelassen haben. Aber die hast du jetzt verspielt. Das waren nicht viele. Nein. Garantiert nicht. Du hattest jetzt eben schon wieder 6000 zusammen gehabt. Jojo das sag ich ja. Viele waren das nicht. Gemessen an dem was wir jetzt mittlerweile brauchen. Mehr als der Herd. Mhmm. Völlig ungesteht. Völlig ungesteht. Ah Gott. Ich hab mal den Fahrstuhl mit der runde geschickt. Nö. Hast du mir auch nicht gemacht. Die du bist. So. Ich hab so ein 100 ne. Das hat lang gedauert bis du in Taschentuch braucht das alter. Ich will mir das als unterlagen nehmen für die Honigwaffel. Achso. das war richtig clever ich bin nicht so kompetent wie du jungen nicht nicht so ganz kommt das klappt aber das klappt sogar sehr gut mit dem decken schwer brauchen nur drei schläge für die dachgut das ist ein anvisiert jungen mhm mega ja gg wird hier nicht noch einer ich war immer noch nicht auf der ecke war immer drei oder bist du ja hat auch so ja und du mach mal halb lang der war schön ja easy ne so machen wir das junge merke ich mich fürs nächste mal glaub ich nicht ne mir auch nicht sag mal mal hier du solltest matthias dann mal sagen das klappt nicht so ganzope das ist aber frech HA ist der hier eigentlich NE das ist super drag je das ist ja eine kleine kante dann auch es ist ja auch sozial jetzt das ist schon wieder zu weit kommt schon ja wo willst du jetzt ganz er trifft aber ja dann dafür nicht so kommen und dann ist die naja wir sind schon richtig gut im spiel dran richtig gut was ich weiß nicht mal wieder was aus richtig gut so ja doch gesehen von krischen auszweichen also ich glaube sind ja nur schon das 18.000 endlich hier bei fast wenn es denn weiter nichts ist doch stimmt hier war ja nicht gleich noch diese komischen hunde raben viecher doch ja das habe ich mir dann auch gesehen ich habe mir nur gefragt wo er herkam auf jeden fall den ein dahinten dann aber die beiden vorderen nicht kiesel dankeschön ich immer wieder gern das item daraus haben wir ja genau darum muss ich mich nicht weiter kümmern kommt mal runter wer herz allerliebst kommst du runter dankeschön und ich bin natürlich direkt auf mich auf neben wieder dankeschön beim gewicht das muss man fairerweise dazu sagen da diese blödsinn ja ich habe mir uns noch überhaupt nicht gekümmert hier unten war nichts interessantes mehr stimmt hier war ja mit dem kleinen hosen ich erinnere mich auch an den kampf wieder oder musst du dir noch zehn hundert jahre hinterher laufen gibt es denn er kriegt noch mal sehen gerade so kommt der herr michael oder videos mikolas fast richtig die erste hälfte des campers als ich die folgen benannt habe das hat glaube ich wirklich fast zehn 15 minuten dauert bis ich den kampf hinter mir hatte was oder portet sie auch noch frech ich habe schon eine mitgegeben das gut ich denke mal es ist einfach nicht vorgesehen dass du schon vorher gegen den kämpft oder im schaden machst du richtig kann nicht er starb einen schnellen tod also wenn man einmal schlägt dann hast du gerade der ich direkt ist dann kann sich zu machen 20.800 blutech ausgehen ist den bach runter weil ich wieder nicht hinkommen ich kann noch alle auch nicht nach ich muss nur den einen da unten machen bevor der dicke kommt das gedanklich noch nicht nur noch das wird auch das wird mega was aber das wollte ich nicht machen warte wie war das nein ich wollte nicht das wird wechseln lange er zwei drücken jetzt kommt sie doch jetzt wollte ich rollen jetzt hatte die an die wieder keine lust auf ihn haben wo wie bei ihnen da der steht auf der treppe ja alter kommen kleiner wisst ihr wir spielen das spiel schon wieder gefühlt 20 stunden und er hat keine ahnung wie man den schweren angriff macht der nur gut abgeguckt schmutziger blut stein kommt höll jetzt fast die europäische ich auch nicht aber gut ach was passt so kommt jetzt mal her ja ja und den einen kannst du jetzt durch die trennwand machen brauchst du nicht mal groß an und für visieren brauchst nur in die richtung gucken es war so klar dass du das verkackst was machst du da war der typ habe ich so fette hier rein theoretisch sollte der dicke schon getriggert sein theoretisch warte ich sogar darauf aber ich hatte eigentlich glaubt ich kann den dicken bisschen nach da losen wo ich mich nicht um die zwei kümmern muss ich hatte gedrückt aber ich habe es nicht geschafft das ist schlecht ja das kleine mich gerade in ruhe gelassen hat fand ich gut mir natürlich nicht gerade fahren können zur belohnung darf er leben bleiben aus dem füllen zu retten sehr gut ich habe 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 im Prinzip kann man auch getrost an dem vorbeilaufen Theoretisch schon, aber Meinst du einfach an allen vorbeispringen? Nicht funktionieren, ne? Sollte Macht mal das Wind Gut, die ganzen Kackviecher sind schon wieder 5000 Blut-Echos zusammen, aber pfff Oh, ich bin natürlich auch We're lucky Minimal So Da steht direkt erst Fläche auf Nichts auf der Stehen So, steht auch gleich längst wieder einer hoch Da warst du ja auch Wenn du von rechts gekommen wärst, wäre direkt in den Raum reingegangen, wo du richtig gegen ihn kämpfst Oh, okay Also glaube ich, weiß ich nicht Kann sein Dann mach das jetzt hoffentlich Ich denke, da schießt seine Tentake um sich rum, ne? Da 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 Das war's. Ich glaub, ich kann ihn konstant. Pass auf, wenn er dich jetzt noch mal erwischt wird's eng mit dem Leben. Nein, nein, nein. Jetzt noch ein schwerer, aber er hatte sowieso volles Leben wieder, ne? Im zweiten Mal. Nein, da bleibt er halb live. Die Babysliste ist verschwunden, warum machst du noch mal drauf? Das ist trotzdem noch halb live. Du kannst weiterlaufen, glaub ich. Hast du noch eine Ahnung, wo er war? In der Ecke sollte er vielleicht stehen. Jetzt noch mal links rum gleich. Was? 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 Das ist eigentlich nach oben. Ich bin hart konzentriert hier. Bummbara glaub ich, ne? Korrekt. WTF? Ich blöcke mir einfach mal zu früh dran. Ach stimmt, das war ja jetzt das. Die Frage war, war er jetzt schon? Ne, 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 ne. Ne, ne. War er jetzt schon in dem Raum drin? Ne, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube nicht. Ich seh ihn zumindest nicht. Das ist auch nicht der Sprechende Raum. Ganz sicher? Ich glaub, da musst du runter springen. Das muss halt nicht. Hallo, ein schöner Ort. Stimmt, jetzt ist er da drin. Jetzt musst du wieder nach oben, zu der Leiter hin. Leiter zur Brücke. Valkoombrücke. Das hört sich nicht an. Nur 10 mal. Verspende du auf jeden Fall schon deine gesamte Ausdauer, bevor du ihn dann anvisiert hast. Nach oben. Ich erinnere mich wieder an sein Palabra Palabra. Nach rechts. Ah. Und dann, wie hat er dich gewonnen? Mit einer Magieattacke, wo er Energie über seinen Kopf gesammelt hat und alles auf mich drauf geballert hat. Ich weiß, so ne Art. Genkidama. Nein. Keine Ahnung. Ja. Ist ja wirklich so ne Art. Für die jüngeren Zuschauer Genkidama ist ein Move aus Dragon Ball Z, einen sehr guten Anime von damals. Sowas solltest du auch unterlassen. Das Ding. Das Ding. Okay, ich würde fast behaupten, den kann man fast nicht ausweichen. Mega lucky, dass er dich da nicht angestellt wird. Vorsicht weg. Ja. Ausdauer sammeln. Tue ich. Und so weit weg wie möglich, weil da die Streuung am größten sein wird. Alles klar. Heilen! Heilen! Schneller heilen! Was habe ich denn gemacht? Ja, heil mehr! Konnte ich nie. Wie soll ich denn, wenn er sich so schnell die Angriffe hintereinander macht? Heilen! Ich kann mich ja nicht bewegen. Heilen anstelle rumzuspringen. Wow. Dann treffen mich ja alle davon. Das ist so ne Kugel, wo wir... Der schießt doch eine Sphäre um sich rum. Ja, trotzdem. Das ist ja mega hart. Aber vor allem dreimal hintereinander jetzt. Ey, what? Keine Ahnung, ob du den vielleicht aber stunnen kannst. Aber... Das wäre vielleicht ein Versuch gewesen, ne? Einfach dichter rangehen, weil die hatten ja schon einen gewissen Abstand von ihm. Kannst nicht theoretisch komplett durch sprinten. Dann war ich auch schon am Überlängen. Hat es doch alles bei den zweiten Fahrstuhl auch runtergeschickt. Insofern Von mir von mir. Ne, wo die mich angreifen? Von mir würde mich angreifen. Ich bin nicht direkt nur für die Umme, oder? Vorne? Ich bin dann die Ummechanismur. Ach komm ich bin sogar noch weggesprungen. ja 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 funktioniert doch spitze bestes patent holy fucking schwelle also merken keine idee doch nicht er wird schwächer wenn man sich erst die anderen aufzüge anguckt und dann auch etwas spezielles macht nein ich hatte auch nicht auch glaube ich nicht so an sich ist er kein starker boss so an sich nicht aber die attacke ist halt super schön ach komm schon die oma fucker aber ich muss noch kurz ein bisschen ausdauer regeln ja ist ja gut ist nur noch nicht tust du nicht weh du läufst noch einen weg du fecker der läuft noch einen weg nee tut er nicht da eigentlich wirklich an wenn die dinger noch da sind das ist jetzt scheint wirklich so zu sein aber ich tippe mal wenn du ihm eine mit gibt dann wird er angreifen ja das war so klar das war so klar du fecker ich gebe mir mein leben wieder also in dem kampf ist er sowieso super easy du bist ja schon auf halbwerk alles klar bg mal kurz weil mich überhaupt interessiert was hier unten ist ich bin nur bitte bitte auch so einer nehmen wir mal hier oh ja das haben wir fast gedacht ich habe auf sowas gewartet ehrlicherweise aber bewusst habe ich natürlich nicht wo hat mich denn da jetzt jemand getroffen er hat dich getroffen mit seiner kette das ist der typ weg mir egal beruhigungsmittel ich habe schiss dass ihr gleich irgendwo ein abgrund ist aber wir haben keine lust drauf du andererseits kann ich auch nach dem boss fight noch mal hingehen das ist ein freibegehbares gebiet könnte mir sogar vorstellen dass es eine spekte sache ist daher gehe ich dahin ist also eine nebelwand dass ich nicht weiterkomme ja das ist immer uncool ja war nicht halt ja hau ab in deinen spiegel kannst du ihn jetzt hinterher laufen in den spiegel? ne hab ich schon letztes mal probiert echt ich meine du hast dich da um das gelächte kümmert aber ne das dürfte nicht möglich sein ok ich habe jedes mal schiss dass dann abkommt das sind du bist durch ja komm schon ich bin für die 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 dann gut Na dann, good luck. Oh, danke. Ich weiß es nicht, nein, nein, ganz doof, aber nächste Folge würde ich sagen, machen wir erst weiter. So schon wieder bei einer halben Stunde, dann wir sind immer noch beim geistlosen Rom. Geistlosen Rom. Ja, auf jeden Fall. Ja, mach mal eine Abmudi, du hast einen Controller in der Hand. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, nächste Folge stellen wir uns nächste Nubig an, dann fällt der Typ und dann geht's weiter. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.